Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Die Türklinge läutet dieses nervige Klingeln, das tagsüber normal ist, aber nervt, wenn es einen kurz vor Mitternacht aus dem Schlaf weckt. Ich döste ein und schaute einen schrecklichen Film, als meine Frau zu Ober fuhr. Ich hatte freie Zeit und keine Kinder mehr zu Hause, um die ich mich kümmern musste. Ich wartete darauf, dass meine Frau von ihrem Junggesellinnenabschied nach Hause kam. Ich habe mir angewöhnt, auf sie zu warten. Ich wollte, dass sie sich unwohl fühlte, wenn sie nach einem Junggesellinnenabschied nach Hause schlich, weil in unserem Haus nichts mehr so war, wie es nach 25 Jahren er sein sollte. Von morgen an waren es nur noch drei Wochen bis zu unserem 25-jährigen Hochzeitstag. Wir hätten uns auf einen großen Familienurlaub freuen sollen, aber dazu sollte es nicht kommen. Meine Frau entpuppte sich als Betrügerin. Ich hatte nicht die Absicht, an diesem Jahrestag in ihrem Leben zu sein, nur dass sie noch nicht wusste, was ich wusste. Wir heirateten jung, bekamen schnell Kinder und waren nun leere Familienväter ohne Kinder zu Hause, um die wir uns kümmern mussten. Wenn wir uns trennten, hatte ich nicht die Absicht, mich von ihr scheiden zu lassen. Ich hatte vor, sie zu töten. Vor neun Monaten fand ich heraus, dass sie nicht nur mit ihrem lammjährigen Chef fremdging, sondern dass sie mich wahrscheinlich schon seit mehreren Jahren betrogen hatte. Ihr Chef ist zufällig mein Bruder Jakel, mein großer, gut aussehender Bruder, der der Lieblingssohn der Familie war, ein Typ, der zwei Jahre älter war als ich, das Leben und die Seele jeder Party und in dessen Schatten nicht mein ganzes Leben stand. Ich entdeckte ihren Verrat vor vielen Monaten, als sie versehentlich ihr Telefon offen ließ, während sie sich für ihren Junggesellinnenabschied fertig machte. Ich nahm ihr Handy in die Hand, um es ihr zu geben, und drückte, wirklich aus Versehen, auf den Knopf, woraufhin das Display aufleuchtete und eine WhatsApp-Benachrichtigung mit den ersten Worten deutlich sichtbar erschien. Warum hatte sie eine Nachricht von meinem Bruder zu Hause? Sie waren die meiste Zeit des Tages zusammen auf der Arbeit. Noch beunruhigender war, dass die Nachricht nicht deutlicher sein konnte. Bist du bereit für Hardcore 6? Das war alles, was in der Benachrichtigung stand. Ich öffnete also die gesamte WhatsApp-Konversation mit Jacke und konnte diese Nachricht und noch mehr sehen. Wir sehen uns am üblichen Ort. Ich habe Zimmer 245 gebucht. Komm einfach zum Zimmer. Wir sehen uns um 19 Uhr 30 Uhr. Es ist schade, dass wir nicht über Nacht bleiben können, aber ich schätze, du musst zurück nach Onan. Die Nachrichten waren voll und es gab alle Beweise dafür, dass diese beiden Abschaumtypen mich seit vielen Monaten betrogen hatten. Was mich wirklich wütend machte, abgesehen von dem offensichtlichen Betrug, war die Art und Weise, wie sie darüber sprachen, dass er mir das bieten würde, was ich nicht konnte. Meine Frau schloss sich meinem Bruder an und verspottete und erniedrigte mich als Mann, als Liebhaber, als Ehemann. Wenn meine Frau wusste, wie sehr meine Gefühle für sie in den letzten Monaten abgekühlt waren, dann hat sie das sehr gut verheimlicht. Natürlich gab es Zeiten, in denen sie mich fragte, ob es mir gut ginge, wenn wir stille Abende verbrachten, ohne zu reden, ohne Berührungen, ohne die zärtlichen Gästen, die zwischen Mann und Frau üblich sind. Ich tat es immer als nichts ab, in der Hoffnung, dass es zumindest sie stören würde. Offenbar störte es sie nicht, dass unser Sexualleben stark nachgelassen hatte. Wahrscheinlich hat sie es nicht bemerkt, weil aus ihren Nachrichten hervorging, dass ihre Bedürfnisse drei bis viermal pro Woche befriedigt wurden, und zwar wann immer möglich, bei der Arbeit und jeden Freitag beim Junggesellinnenabschied. Nach den Nachrichten zu urteilen, muss es für sie eine große Erleichterung gewesen sein, nicht mehr so tun zu müssen, als ob sie Sex mit mir wollte. Wenn sie mich nicht mehr liebte, hätte sie unsere Ehe beenden und Sex haben können, mit wem sie wollte, aber stattdessen spielte sie Spielchen mit mir wie ein totaler Ich-hätte-die-Scheidung vorgezogen, auch wenn es wehgetan hätte, da ich sie völlig liebte, bevor ich diese verhängnisvolle Nachricht sah. Die einzige Ausnahme in unserem Sexleben war, als mein Bruder und seine Familie für zwei Wochen nach Florida fuhren. Es schien, als ob sie, je näher das erste Wochenende ohne ihn rückte, immer mehr verliebt wurde. Sie drückte sich spät nachts und früh am Morgen mit ihrem ganzen Körper an mich. Zweimal in diesen zwei Wochen hatte ich wütend Sex mit ihr, aber die meiste Zeit war sie eindeutig verwirrt über mein mangelndes Interesse. Ich wollte ihr noch mehr widerstehen, aber ich brauchte nicht nur selbst ein wenig Erleichterung, sondern wollte sie auch nicht völlig ignorieren, damit sie merkte, dass ich wusste, dass sie fremdging. Warum habe ich sie also nicht einfach zur Rede gestellt? Nur die Ruhe. Ich habe meinen Plan entwickelt, um sie zu töten. Ja, du dachtest, ich wäre ein Fußabtreter für diese beiden betrügerischen Bastarde. Auf keinen Fall. Ich hatte gehofft, einer lebenslänglichen Haftstrafe zu entgehen, aber wenn die Karten so ausgingen, würde ich lieber damit leben, als mit dem Schmerz von meiner Frau und meinem Bruder betrogen worden zu sein. Über viele Monate hinweg hatte ich Zeit, buchstäblich Dutzende von Plänen durchzudenken, um ihnen ein Ende zu bereiten. Natürlich war es eine große Sache, den Tod der beiden zu wünschen. Sie waren normalerweise nur zusammen, wenn sie Sex hatten oder bei der Arbeit oder bei einer Familienfeier. Wie konnte ich sie töten, ohne dass es zu offensichtlich war, dass ich es getan hatte? Ich dachte daran, bei einem Familienausflug für einen Anteil zu bezahlen, aber das würde bedeuten, dass ich unschuldige Leben nicht zuletzt mein eigenes in Gefahr bringen würde. Bei einem Familientreffen habe ich mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Kohlenmonoxidvergiftung als stillen Killer einzusetzen. Ja, es hat Fälle in Hotels gegeben, aber das Haus, in dem sie sich verabredet hatten, war hochmodern und nutzte Solarenergie für den größten Teil seines Heiz- und Strombedarfs, sodass dies nicht realistisch ist. Ich dachte über so viele Szenarien nach und sah in jedem ein Problem, und ich hatte das Gefühl, dass es immer schwieriger wurde, in ihrer Nähe normal zu sein, vor allem, wenn wir alle als große Familie zusammen waren. Sie taten einfach das Richtige, indem sie versuchten, nicht zu offensichtlich zu sein, und suggerierten, dass ihr Publikum nichts von ihrer Romanze wusste, aber für mich, die ich wusste, dass sie Betrüger der schlimmsten Sorte waren, waren es flüchtige Blicke und Gästen, beiläufige Berührungen, wenn sie dachten, dass niemand hinsah, und das süße Täubchen ließ meine Wut wachsen. Monatelahm wurde mir übel, wenn ich erkannte, wie viel Spaß es ihnen machte, sich gegenseitig zu zeigen, wie sehr sie es genossen, mich zu quälen, nicht nur durch den Sex, sondern durch all die Intimität, die sie nicht miteinander teilen durften. Meiner Meinung nach zeigten ihre Handlungen, wie sehr sie mich nicht respektierten und mich mit ziemlicher Sicherheit hassten. Warum sie mich hassten, wusste ich nicht. Ich habe sie immer unterstützt, obwohl ich ein wenig eifersüchtig auf meinen Bruder war, und ich habe meiner Frau nie einen Grund gegeben, sie zu missachten. Ich behandelte sie gut im und außerhalb des Bettes, und sie hatte nie Sex mit mir, ohne mindestens einen Orgasmus zu haben, oft sogar mehr. Jetzt war ich fast an meiner Grenze angelangt. Ich fasste meinen letzten Plan, so dumm er auch war. Ich beschloss, ihren Betrug aufzudecken und sie beide zu erschießen und dann mein Glück bei der Justiz zu versuchen, in der Hoffnung auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit plädieren zu können. Doch die Erkenntnis, dass ich mit ziemlicher Sicherheit zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt werden würde, und dass mein eigenes Leben ebenso ruiniert sein würde wie das der beiden, hielt mich davon ab. Im Idealfall hätte ich einen Plan gefunden, der es mir ermöglicht hätte, ihnen zu offenbaren, was ich wusste, und sie eine Zeit lang in der Angst vor der Scheidung und dem Auseinanderbrechen beider Familien leben zu lassen, während für mich selbst klar gewesen wäre, dass ich sie töten würde. Ich sah nur keine Möglichkeit, dies zu erreichen. Kurz vor unserem 25. Jahrestag beschloss ich, sie beide zu töten. Das war nicht verhandelbar. Ich werde meinen 25. Jahrestag nicht mit meiner Frau feiern. Der Jahrestag fiel auf einen Samstag, also war mein endgültiger Plan, ihr zu einer regulären Freitagabend-Junggesellinnenparty im Hotel zu folgen, herauszufinden, in welchem Zimmer sie waren, dann würde das Blut fließen, und ich würde ihnen beiden in die Augen sehen, während ich sie tötete. Ding, Ding. Verdammt, da klopft jemand an die Tür. Die dumme Frau hat wohl ihre Schlüssel vergessen. Ich komme ja schon, rief ich. Aber als ich die Tür öffnete, standen dort nicht meine Frau, sondern zwei Polizisten. Die Seniorin sagte mir, wer sie seien, die Offikas Örli und Bukowski, und ob sie bitte hereinkommen könnten. Ich bat sie herein, und sie sahen sehr ernst aus. Bevor Örli sprach, so sind sie MR. Richards, der Ehemann von Irene Richards? Ich nickte zur Bestätigung. Er fuhr fort. MR. Richards, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Frau heute Abend in einen tödlichen Autounfall verwickelt war, sehr. Ihr Bruder Checkend hat das Auto gefahren, in dem sie saßen, und er ist ebenfalls ums Leben gekommen. Bevor er etwas hinzufügen konnte, fing ich an, wie ein Verrückter zu kichern. Ich konnte mein Glück nicht fassen. Ich wurde nicht nur vor dem Gefängnis bewahrt, sondern wir hatten auch eine langfristige Versicherung abgeschlossen, die im Falle des Todes des verbleibenden Ehepartners die Hypothek abzahlte. Ich war nicht gezwungen, das Haus zu verkaufen. Natürlich war die Hypothek fast abbezahlt, sodass es keine so große Belastung war. Aber es gab eine weitere Police über 500.000 Dollar. Ich werde nicht nur nicht ins Gefängnis gehen, sondern auch meine finanzielle Situation erheblich verbessern. Die Beamten sahen mich besorgt an und fragten, ob sie jemanden anrufen könnten, der mir in dieser tragischen Stunde beisteht. Nein, meine Herren, danke für Ihre Besorgnis, aber das Leben hat mir gerade einen Gefallen getan. Die beiden hatten über neun Monate lang eine Affäre. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, herauszufinden, wie ich die Sache beenden kann. Jetzt ist es vorbei. Es ist natürlich Beamte der Justiz. Es geht mir gut. Ich werde sogar etwas trinken, um zu feiern. Wollt ihr euch mir anschließen? Sie lehnten natürlich ab, da sie im Dienst waren, ganz zu schweigen davon, dass sie mich für einen Bastard hielten, weil ich mich über den Tod meiner Frau und meines Bruders freute, und sie gingen mit der Bitte, morgen früh im Leichenschauhaus anzurufen, um eine ordnungsgemäße Identifizierung vorzunehmen. Ich hielt es für klug, ihnen nicht zu sagen, dass ich vorhabe, beide Verräter in weniger als drei Wochen zu töten. Es hat keinen Sinn, Komplikationen zu provozieren. Ich habe der Polizei bereits meine wahren Gefühle offenbart, aber ich werde bei Freunden und Familie noch eine Weile den verzweifelten Ehemann spielen, bis ich das Versicherungsgeld zusammenhabe, um die Hypothek zu tilgen und meine Brieftasche zu füllen. Ich schlief in dieser Nacht wie ein Baby und ging am nächsten Morgen hin, um mich zu vergewissern, dass sie in der Nacht nicht wieder zum Leben erwacht waren. Als ich im Leichenschauhaus ankam, untersuchte ich beide Leichen. Meine Schwägerin, die Frau meines Bruders, konnte sich damit nicht abfinden und bat mich, sowohl Jakke als auch Irene zu identifizieren. Der Pfleger warnte mich. Verdammt, was für eine Sauerei! Und ja, so wie die beiden aussahen, ging es wahrscheinlich schnell. Aber ach, wie sehr hoffte ich, dass sie Zeit hatten zu verstehen, was als nächstes kam und dass es sehr schmerzhaft war. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des 18-Wielers an diesem Tag zu viele Kilometer und Stunden gefahren war, am Steuer einschlief und eine rote Ampel überfuhr, wodurch ihr Auto in zwei Teile zerbrach und die Insassen keine Chance hatten. Wie verdammt traurig! Glücklicherweise kam es in der Nacht zu keiner Wiederbelebung. Beide Leichen blieben steinalt, bereit für das Höllenfeuer. Nun, in ihrem Fall wird es eine gute Einäscherung sein. Wenn jemand ihre Asche haben möchte, bitte sehr, ansonsten werde ich sie in den nächsten Müllcontainer werfen. Meine Probleme, mit denen ich seit neun Monaten zu kämpfen habe, sind gelöst. Ich brauche mir meine Zukunft nicht zu verbauen. Aber in gewisser Weise hätte ich sie gerne persönlich getroffen, bevor ich sie getötet habe. Aber es war trotzdem eine große Sache, dass ich sie losgeworden bin, ohne irgendwelche Konsequenzen für meine Zukunft. Man muss Karma lieben. Das Leben geht weiter, aber nicht für diese beiden Betrüger. Nach neun Monaten herzzerreißender Qualen konnte ich wieder lächeln. Sie beide, abonnieren Sie unseren Kanal, damit Ihr zweiter Chat Sie nicht betrügt und hören Sie sich schon mal die nächste Geschichte an, denn diese Geschichte ist nichts im Vergleich zur nächsten.